hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stimmi ja heute haben wir den 6 dezember und heute ist nikolaustag ja ich hoffe ihr habt schön was in eurem stiefel gehabt ich habe natürlich nichts mehr im stiefel außer käsefüße so ich denke mal ihr habt den sechsten das sechste türchen gefunden und zwar ist es hier ich denke mal heute brauche ich euch nicht mehr zu zeigen welche karten schon alle drin waren die zeige ich euch sowieso alle in einem extra video oder im letzten also am 24 kann ich euch das mal noch mal zeigen so heute müssten wir drei karten vielleicht haben oder sogar vier nein wir haben drei als erstes haben wir hier eine limmi die l12 und zwar pascal stenzel von freiburg ein abwehrspieler abwehrwert 71 und angriff wert 62 ein marktwert von 6,5 millionen so dann kommt hier robert lewandowski von den bayern angreifer natürlich sonst hätte er ja nicht so viele tore da haben wir ein abwehrwert von 43 was ja natürlich üblich ist ein angriff wert von 90 und dann marktwert von 10 millionen das gerechtfertigt 10 millionen und die dritte karte ist ribery ribery und zwar mehr da ein abwehrwert von 34 ein angriff wert von 79 und dann ein marktwert von 7 millionen ich denke mal die sieben millionen ist weil er jetzt natürlich schon in seinem alter ist natürlich mittelfeldspieler aber ich sehe dann irgendwie auf angriff weil er kommt ja von links der linke flügel so das sind die karten von heute tisch nummer sechs war doch schon mal nicht schlecht tisch nummer sechs morgen kommt tisch nummer sieben ihr könnt ja mal suchen vielleicht findet ihr es dann würde ich mal sagen bis morgen und auf wiedersehen Vielen Dank.